Grüezi miteinander. Ich bin Janina Fink und bin Gigerlehrerin an der Musikschule Region Elfenburg. Ich unterrichte ein Strichinstrument mit vier Seiten und einem Bogen. Mit diesem Bogen kann ich über die Seite streichen und so einen Klang produzieren. Und wie das beim Spielen klingt, führe ich jetzt vor. Ich verstehe Är. Ich denke, ganz gut. Untertitelung des ZDF, 2020